So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Stream von ARK Survival Wulft. Ich habe Ihnen gerade die Xbox neu gestartet und siehe da, es funktioniert wieder. So, äh, ich werde jetzt gleich meinen Tribe verlassen. Dann werde ich gleich in unseren neuen Tribe einsteigen. Ray of Light. Das wird unser neuer Tribe sein. Der Name gefällt mir schon richtig gut. Der Ökotismus-Club hört sich total nach Satanismus an. Ed. Oh, im Wintergebiet sogar schon. Hier, können wir sogar Pellen sammeln? Alter, das ist ja der Hammer. Ist das geil. Oh, du bist nicht so verarschen. Ist das krass. Die ist nicht erwartet. Oh, ich habe eben gerade noch die Schiffe fertig abgerissen. Hm, Laguna muss jetzt auch gleich wieder da sein. Da vorne seht ihr schon unser neues Haus. Laguna hat ja schon mit dem Haus gebaut und angefangen. Ui, ui. Das sieht geil aus. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut, das Haus Laguna, ganz ehrlich. Aber hier fehlen noch Wände, oder nicht? Hier fehlt auch ne Wand. Hier fehlt noch... Ach, wir haben Railing vergessen zu bauen, ne? Ja, die Herze stellen überhaupt. Ah, sieht echt nicht schlecht aus. Äh, und wie willst du jetzt noch ne Etage herkommen? So ne Frage. Hey, da oben willst du gar nicht hin? Könnten da oben ein kleines Lagerchen hinstellen. Ein paar Lager... ...Dinger da oben. Genau in der Mitte. Ne, hintereinander. Ja, ist nur ne Idee gewesen, ne? Ah, sieht gut aus. Gefällt mir. Und man sieht richtig hier drin, äh, hier drin ist wirklich regendicht mit Holz. Mit Setsch ist ja nicht regendicht gewesen. Finde ich gut. So, hier bauen wir uns ja noch nen schönen Balkon. Das sieht echt super aus. Äh, was wohl? Ja. Keine Ahnung, warum das so bei uns hier so ist, aber die sind eigentlich aneinandergereiht. Deswegen, keine Ahnung, weswegen das hier so aussieht und hier auf einmal wieder so zusammen... Und hier so auseinander. Keine Ahnung, also es ist ein... Entweder ist das ein Bug oder... Wir haben Scheiße gebaut, aber ich glaube ja nicht, dass wir Scheiße gebaut haben. Weil man sieht es ja schon, dass das hier eigentlich zusammenpassen soll. Sehr komisch. Aber na gut. Ist nicht so schlimm. Es gibt schlimmeres. So, ich warte jetzt erstmal auf den Tag, dann kannst du mir gleich mal zeigen, wo ich da anfangen soll, die Basis, die, 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 die Tierbasis zu bauen. Eigentlich auch, das stimmt. Aber leckt schon wieder. Oh Gott, ey, also irgendwas ist gerade nicht in Ordnung hier. Wir sollten vielleicht aber mal nachdenken. Erstmal muss ich hier... Was haben wir denn hier drin? Sedge. Sedge Foundation. Wie kann man es später gebrauchen? Sedge Wall, Sedge Door Frame. Braucht man nicht, braucht man nicht und braucht man nicht. Sedge Foundation kann man später gebrauchen. Also wie soll ich jetzt Holz sammeln, oder wie jetzt? Ach, Laguna, wir haben ja gleich nebenan, äh, äh, hier Perlen, wo wir sammeln können, ne? Direkt da am Fluss. War ich hierhin gerade da, weil da ein weißer Strahl war, auf einmal, äh, strahlt weg, genau als ich ankommen bin, und ja, waren überall Perlen im Wasser. Ah, gefällt mir also ganz gut, mhm. Dann haben wir jetzt das Wohnhaus schon mal fertig. Der Stromgenerator haben wir auch mal anders gebaut, ist mal was ganz anderes. In der Laguna hat's gebaut, aber ich, äh, muss denen die Tiere noch alle rüberholen und so. Hier ist der Stromgenerator. Richtig schön eingezäunt. Und hier kommt ein Fenster rein, dass wir ihn hier immer Benzin reinjagen. So, ich werde jetzt mal aus dem Tribe gehen, Laguna, ne? Oder? Fehlt noch irgendwas? Alle drinnen überprüft, ja. Wir haben alles mitgenommen, was war, ja. Ja, das... Ähm... Eigentlich ja. Fällt mir nichts ein, was fehlt. Das heißt... Tribe verlassen. So, bin aus dem Tribe. genau so mein mammut ist dort holt das obere nehmen ja, perfekt was denn wieso wie jetzt wir ihn holen können ne ne das ist noch nicht temper akutismus club steht ja immer noch hier naja, schade naja, ist ja nicht schlimm es gibt schlimmeres oh, mein mammut hat ein level ab, sehe ich gerade so und bin ich jetzt auch admin cool ah, kann man das da sehen oder wie ah ja, admin ah, cool, was mir alles einstellen kann only admins can unclaim ah, nur die, äh, admins können die, äh, freigeben oh, ja also, du willst es heute mal gehen ach, ne, man muss ja mein gewicht ja auch noch tragen ach, scheiße, ne, geht, ne, das muss ich mein gewicht alles loswerden mal gucken, was hat man kürze hier drin nix das heißt, das meiste jetzt alles in mein Quetzel rein doch nicht sowas, du perversling gut, das war alles hier hin dann kommt jetzt die ganzen Bären jetzt funktioniert es leider seltsam weil sie mit dem Stream Laguna, ne auch sehr komisch Fertilizer, 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 Fertilizer Fertilizer, Fertilizer, Fertilizer Sedge, Sedge 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 hätte er aber das gemacht, ey, dann wären wir richtig gefickt gewesen ja, ich muss erst mal ein ganzes Gewicht auf das, äh, auf meinen Quetzel übertragen Fiber das ganze Fiber nämlich ich hab noch so viel Fiber übrig die Sedge haben wir auch noch so viel übrig oh man, und das Fleisch ist glaube ich auch gleich ein Quetzel rein oder ne, wir haben noch Kühlschränke, ne perfekt, dann schmeiß ich gleich das ganze Fleisch da rein wo sind die voll gut gut, 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 gut ach, Laguna, noch was ich hab ne Armbrust eine andere Armbrust, die sogar besser ist als mal eine andere wieder ich hab die ganze Zeit in der Truhe gehabt hab's nicht bemerkt ja, da sieht man aber schon wieder wie viel man übersehen kann, ne sollten wir bald unser Lagerhaus bauen also jetzt bin ich richtig leer und du sollst mal eine Tür langsam in unserem Haus reinbauen, ne äh 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 wer ist die denn? ne, Wundendorf ist es nicht weil ich hab sie selber nicht da drin muss ich grad gucken das Hedge, ne, das ist ja wieder zu weit hinten muss die irgendwie hier oben sein Stone Stealing, Stone Railing A Stone Door, so sehe ich gar keine da hab ich die nicht gelernt oder ich bin blöd gewesen Wundendorf, ne hab ich wohl nicht gelernt muss ich mal nachgucken da haben wir es den Forst Wooden Door hab ich gelernt also jetzt weiß ich es nicht hier blind nochmal nachschauen da haben wir die Dinosaurier geht ah, da haben wir ne den Forst Wooden Door das ist die, ne so, da ist die Tür ja jetzt auch drin Perfekt so, äh jetzt kann ich auch mal Mammut benutzen aber erstmal muss ich mal Fleisch in Sicherheit bringen äh System